Geschichten, eine Mutter installiert eine versteckte Kamera in ihrem Haus und entdeckt, was ihr Mann allein mit ihrem Sohn gemacht hat. Wenn Sie neu sind, hinterlassen Sie dort Ihr Like und abonnieren Sie es. Im Laufe der Jahre vergessen wir oft, welche immensen Anstrengungen unsere Eltern für uns unternommen haben, als wir aufwuchsen. Wir ignorieren die Zeit, die sie uns gewidmet und sich mit Geduld und Liebe um unsere Bedürfnisse gekümmert haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns besinnen und unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Wenn wir unsere Eltern noch an unserer Seite haben, sollten wir sie lieben und zeigen, wie sehr wir die bedingungslose Liebe schätzen, die sie uns immer gegeben haben. Ich erinnere mich an die Zeit, als mein Vater noch in meinem Leben präsent war. Er war ein bemerkenswerter und fürsorglicher Mann. Für ihn war ich seine Prinzessin, und so fühlte ich mich auch. Er liebte meine Mutter ebenso sehr wie mich. In der Zeit, die wir zusammen verbrachten, waren sie unendlich glücklich. Mein Vater und ich standen uns sehr nahe. Ich erinnere mich daran, wie wir als Kind ganze Tage mit Spielen verbrachten. Er lehrte mich das Schachspiel und viele wertvolle Lektionen, die mir halfen, die starke Frau zu werden, die ich heute bin. Aber am meisten liebte ich es, wenn er mich auf seinen Schoß nahm und mich herumwirbelte. Es war ein wunderbares Gefühl, meine Füße in der Luft zu spüren, während er mich in seinen starken Armen hielt. Bevor ich mein Medizinstudium abschloss, verließ mein Vater diese Welt. Ich vermisse ihn sehr, meinen lieben Vater, denn ich trage die Freude und Zuneigung, die er mir immer vermittelt hat, mit mir. Gleichzeitig bin ich dankbar dafür, dass ich dieses Ziel erreicht habe, und ich weiß, dass er stolz auf mich gewesen wäre. Meine Mutter war eine große Stütze auf meinem Weg, und gemeinsam haben wir viele Herausforderungen im Leben gemeistert. Als wir uns umarmten, konnte ich die Tränen nicht zurückhalten. Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich Oskar kennenlernte, der mein Mann werden sollte. Es war ein sehr hektischer Tag im Krankenhaus, sowohl für die Ärzte als auch für die Krankenschwestern. Alle waren erschöpft. Oskar hatte zufällig einen Arbeitsunfall, als er auf einer Baustelle, auf der er arbeitete, aus großer Höhe stürzte. Er wurde bewusstlos, und als er wieder aufwachte, war er verwirrt. Er hatte eine tiefe Wunde an der Stirn und blutete stark, da er viel Blut verloren hatte. Glücklicherweise fand ihn einer seiner Kollegen und rief einen Notarzt. Als er im Krankenhaus ankam, war es ein wahres Wunder, dass ich in diesem Moment anwesend war, um ihn in die Notaufnahme zu begleiten und andere mögliche Verletzungen zu überprüfen. Wir führten die notwendigen Tests durch und stellten nach seiner Stabilisierung fest, dass er neben der Schnittwunde an der Stirn auch Frakturen an einer seiner Hände hatte, die ruhig gestellt werden mussten, um weitere Schäden zu vermeiden. Er hatte sich auch an den Beinen verletzt und hatte Schmerzen, obwohl es sich nur um Prellungen handelte, die mit der Zeit heilen würden. Gott sei Dank stellte die Verletzung an der Stirn kein großes Risiko dar. Es mussten nur 22 Stiche gesetzt werden, um die Wunde zu schließen. Im Laufe der Tage erholte er sich mehr und mehr. Es kam der Tag, an dem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Er musste jedoch weiterhin für Schätzungen und Behandlungen ins Krankenhaus gehen, um eine vollständige Genesung zu erreichen. In den nächsten Wochen nahm er die Termine akribisch wahr. Ich übernahm es, seine Hand zu pflegen, bis es ihm besser ging. Erst da wurde ihm bewusst, wie stark er war. Einmal überraschte er mich während einer dieser Konsultationen mit einer unerwarteten Einladung zum Singen gehen. Damit hatte ich nicht gerechnet, und er wirkte so zuversichtlich. Ich sah darin kein Problem und sagte zu. Wir vereinbarten ein Treffen in fünf Stunden, wenn meine Schicht zu Ende war. Wir gingen in ein Café und unterhielten uns in aller Ruhe. Er drückte seine große Dankbarkeit für meine Fürsorge aus und machte deutlich, dass er mich mochte. Und wenn es möglich wäre, würde er sich gerne weiter mit mir treffen. Ich konnte nicht anders, als zu erröten, als ich ihn anlächelte, und er sagte, dass nichts dagegen spreche, dass wir weitermachen. Also unterhielten wir uns, um uns besser kennenzulernen. Wir gingen wie vereinbart weiter miteinander aus, und mit der Zeit wurde unsere Beziehung offiziell. Wir waren bereits Freund und Freundin. Ich war sehr glücklich und die Dinge liefen sehr gut. In gewisser Weise erinnerte er mich an meinen Vater, weil ich mich in seinen Armen geborgen fühlte. Ich glaube, ich habe mich wirklich in diesen Mann verliebt, als wir drei Jahre lang zusammen waren. Wir beschlossen, einen Schritt weiter zu gehen und uns zu verloben. An unserem Hochzeitstag war er wunderschön, und seine Augen wendeten sich nie von mir ab und vermittelten eine Gewissheit, die ihn schon immer ausgezeichnet hat. Es war ein unvergesslicher Moment. Ich hatte den Mann geheiratet, den ich liebte. Eines schönen Morgens bemerkte ich, dass ich zu spät war. Ich sagte es ihm und machte zu Hause einen Schwangerschaftstest, während wir die Minuten zählten und gespannt auf das Ergebnis warteten. Endlich war es soweit, wir schauten auf den Test und das Ergebnis war positiv. Wir bekamen ein Baby. Die Freude überflutete uns. Er war sehr emotional, und das tröstete mich. Im fünften Monat gingen wir zum Arzt, um das Geschlecht des Babys herauszufinden. Der Arzt machte eine Ultraschalluntersuchung und ließ sich Zeit, bevor er uns schließlich sagte, es ist ein Mädchen. Wir waren überglücklich. Wir begannen fast sofort, das Zimmer unserer Tochter einzurichten. Oskar war für das Streichen des Zimmers zuständig, während ich an der Gestaltung mitwirkte. Er war so engagiert, dass ich mich noch mehr mit ihm verbunden fühlte. Also, Leute, hat euch diese Geschichte gefallen? Hinterlasst ein Like, einen Kommentar, abonniert sie und aktiviert die Benachrichtigungsglocke für weitere zukünftige Geschichten. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020